So, mein letzter Abstecher ist heute hier in Münster zum Kaiser Wilhelmring 4 bis 6. Das ist das Gebäude, in dem sich die Kanzlei, RNS, Rocha Nölke und Steuerberater befinden. Ich mache mal kurz einen Schwenk hoch an das Schild. Ich schätze, dass es seitenverkehrt wie alles ist. Und hier unten sind diese drei Wälzer, die mir Herr Nölke am Tag im Februar, als mich der Richter Dürr als mein eigener Verteidiger nicht zugelassen hat, weil er, aus welchem Grund auch immer, die befürchten, dass ich mich nicht benehmen würde, was totaler Kokolores war. Ich hätte mich nämlich auch selbst verteidigt. Drei Monate später habe ich ja gewonnen. Beim gleichen Richter. Und Herr Nölke sah das als Anlass, mich zu verhöhnen. Ein Rechtsanwalt, der seine vier Zeugen damit beauftragt, diese Gerichtskommentarbücher, so nennt man das. Das sind ziemlich dicke Wälzer. Da stand erst eines dieser Wälzer vor meiner Tür. Ich habe mir erst nichts bei gedacht und dann habe ich natürlich den Gag verstanden. Es ist eine ziemlich befahrene Hauptstraße, deswegen ist das ein bisschen laut. Es ist ja auch schon dunkel, Sonntagabend. Und wie gesagt, dann habe ich den einen reingenommen, dann stand der nächste da und dann das dritte Mal. Das Blöde, was Herr Nölke übersehen hat, war, dass da ein Name drin stand in einem dieser Wälzer. Und zwar von einer gewissen Vollquaxen. Ich habe herausgefunden, das dauerte nicht lange, ich habe dann herausgefunden, dass es eine Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Münster war. Also sie kannte auch Herr Nölke, Maximilian Nölke und insofern ist das schon ein ganz schöner, ein schönes Unding für einen Anwalt, das zu tun. Das ist aber nicht das Einzige, was Herr Rechtsanwalt Nölke sich zu Schulden kommen lassen hat. Bei der Übergabe der Sachen meiner Mutter am 26.08.2020, da hat sich Herr Nölke unrechtmäßig Zugang verschafft zu meiner Wohnung. Er hat mir gedroht, dass ich ins Gefängnis komme, wenn ich ihn nicht reinlassen würde. Was mein Anwalt absolut als Strafe bzw. als Straftat dargestellt hat. Und insofern hat Herr Nölke da auch noch was zu erwarten. Herr Nölke hört nicht auf, mich gemeinsam mit seiner Partnerin Patricia Rocha darzustellen, als wäre ich ein kompletter, schizophrener, asozialer, rechter Irrer, der sozusagen, ich quotiere, der die Gesetze dieses Landes nicht akzeptiert. Also man muss sich das mal vorstellen, es ist absolute Volksverhetzung, was hier von diesen Anwälten, von RNS, wo ich stehe, vor dem Gebäude, wo ich stehe, die haben nichts anderes zu tun, als mir mein Leben zu zerstören. Das muss man sich mal vorstellen. Ich hatte mal eine wunderbare Karriere. Ich habe auch einige andere Sachen geschafft. Aber ich werde hier in Münster hingestellt, als wäre ich ein Verrückter, der die Leute bedroht, der Leute bespuckt, der seine Mutter schlägt und, 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 und. Also die Klage kam, bzw. der Versuch einer einstweiligen Anordnung ging von meiner Halbschwester Patricia Belotti aus, die einen Nagel in ihrem Reifen gefunden hat und meinte nun, ich hätte versucht, sie umzubringen. So, das wurde weiter gestrickt von Patricia Ruscha und es wurden die übelsten Verleugnungen, Erfindungen geschrieben. Und es ist wirklich ein Hammer, was geschieht, wenn sich Rechtsanwälte, ausgebildete Juristen zusammentun, um eine einzige Person, in dem Fall mich leider, komplett Ruf zu morden, zu schädigen, zu darzustellen vor Gericht, als wäre ich nicht mehr zurechnungsfähig, als wäre ich eine Bedrohung, eine Gefahr für die Allgemeinheit. Unglaublich! Ich bin ein älterer, schwuler Künstler, der seine Ruhe sucht, der vielleicht auch noch mal eine Alterskarriere vor sich hat, wenn ich mal irgendwann gelassen wäre. Ich werde ja seit den letzten elf Jahren mit zwölf Verfahren in die Knie gezwungen. Ich habe nichts anderes zu tun, als mich zu rechtfertigen, zu rechtfertigen, zu rechtfertigen. Ich war vorhin am Amtsgericht. Ich habe diesen Briefkasten abends, ich will jetzt wirklich nicht übertreiben, mehrere hunderte Mal abends besucht und habe da Sachen reingeschmissen. Die Gerichtsakten, die wahrscheinlich beim Amtsgericht liegen, das ist ein Turm. Also, und da habe ich keinen Bock mehr zu. Ich möchte mein Leben zurück, ich möchte meine Ideen realisieren. Ich habe eine Erfindungsidee, die ich gerne vor Jahren schon gemacht hätte. Höhle der Löwen wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und solche Sachen hier mit diesen Kommentarbüchern, das geht gar nicht, Herr Nölke. Hören Sie auf damit. Und ich fordere hiermit das Amtsgericht auf, die beiden immer noch bestehenden Verfahren, Schmidt gegen Schmidt, weil das eigentlich Patricia Belotti gegen Schmidt ist, weil meine Mutter 87 ist und seit 55 Jahren schwerst Valium-abhängig ist. Seit den 60er Jahren, seitdem ich ein kleiner Junge war, hat meine Mutter Valium geschluckt, in allen möglichen Farben und Formen und ist nicht mehr geschäftsfähig. Insofern erwarte ich von der Staatsanwaltschaft Münster und dem Amtsgericht, dass diese irren Verfahren Schmidt gegen Schmidt sofort eingestellt werden, weil das lasse ich mir nicht mehr bieten, dass mich Herr Nölke hier wie sein kleines Maskottchen jagt, seinen eigenen Sohn mit ins Gericht schleppt, um mich da hinzustellen wie so ein... Ich bin kein Zootier, Herr Nölke. Verstehen Sie, können Sie das mit jemand anderem machen? Ich weiß, dass ich ihr bis dato wahrscheinlich für immer berühmtester Gegner bin, aber Sie haben gar nichts zu melden. Sie haben nichts in der Hand und Sie haben auch schon x-mal verloren. Ihre Partnerin, Kollegin, Padifria Ruscha, eine ausgebildete Rechtsanwältin, hat gegen einen Laien wie mich, aber so haushoch was von verloren, dass sie eigentlich ihre Sachen, die andere Sache da, wo sie Köstlichkeiten aus Münster in die Welt verschickt, ist, glaube ich, besser. Weil dann geht man keine komplett unschuldigen Menschen so an und zerstört deren Ruf, wofür ich mein Leben lang gearbeitet habe. Wissen Sie, wie hart es ist, als Schauspieler Karriere zu machen, Herr Nölke? Wissen Sie das, Frau Patricia Ruscha? Ja? Ich habe jeden Tag Bewerbungen damals geschrieben, da gab es noch kein Internet. Ich habe mich bei Film- und Fernsehproduktion beworben. Ich habe Fotos geschickt. Ich habe jeden Tag hart gearbeitet für jede kleine Rolle, die ich gekriegt habe. Und dann, das ist ein anderes Thema, das Thema Eichinger, das wird auch besprochen werden. Also, ich hoffe, dass jetzt endlich Schluss ist mit dieser Hetzjagd, dieser Treibjagd auf einen unschuldigen Menschen wie mich. Ich wehre mich und ich habe das Recht dazu. Und ich werde Strafanzeige nochmals und nochmals stellen, auch wenn Frau Petra Hermes, wie sie es jetzt gerade wieder getan hat, die Generalstaatsanwältin, die noch nie in ihrem ganzen Leben mir irgendetwas zugestanden hat. Insofern, ich werde mich wieder melden. Auf Wiederhören.